Sprengen? Wow! Dann mal los! Ja, danke schön, Jörte. Das stimmt ja, ich hab ja gesagt... Der Stein macht das einfach so. Oh! Alter, das ist nicht so richtig gewesen. Aber die Seilwinde, die rett uns. Die macht das schon. Die kleine, starke Seilwinde. Warum bricht auf einmal alles auseinander dann? Oh, oh. Also, hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Let's Play... Let's Play wollte ich grad sagen. Zu einem neuen Stream. Wir streamen... Watch Dogs! Watch Dogs! Watch Dogs! Anstatt, weißt du... What's up! Watch Dogs! Okay, das war jetzt mal kurz... Was ich hören... Und das wird jetzt wahrscheinlich... Das wird jetzt wahrscheinlich immer kommen, ne? Ich helfe dir... Je mehr dass du besser... Klar, das... 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 Das macht mir gar nichts aus. Wir warten nur auf dich. Ich meine, der Typ ist 2 Meter groß, die beiden Ladies sind 1,50 Meter. Ah, der Fettsack. Scannen den mal. Vielleicht ist es potenziell Opfer. Okay, der Mermer hat nicht. Das ist der Mache mit Viereck eigentlich, ne? Du scannen. Alter, das war nicht Viereck. L1, Waffe wegziehen, bitte. L1. Dankeschön. Das ist potenziell Opfer. Warte mal ab, warte mal ab. Das ist Allradantrieb im Kopf. Nur damit kannst du es schaffen. Und so sieht es aus, wenn ein ESP nicht kaputt ist. Okay. Okay. Ich muss hier kurz überlegen, hier, ähm... Ja. Allradantrieb, das heißt vorne und hinten. Was? Allradantrieb. Ja, du hast da... Allrad vorne und hinten, ja klar, weil Allrad, alle Räder und so. Bleib da. Wenn ich deine Haarfarbe rate, Blinker, wollte ich gerade sagen. Blinker. Inka, das krieg ich hin. Ach so, ja, ja, mach schon. Ich habe eine Kiste entdeckt. Das war doch klar. Oh, der große Zerm hat eine Kiste entdeckt. Warte, die allein ist nicht hoch genug. Entschuldigung, tut mir leid. Tut mir leid. Entschuldigung. Ich wollte das nicht. Tut mir leid, ich habe mich verfahren. Ich bin Tourist. Hi. Sorry. Oh, hi, na? Nee, ich habe mich verlaufen. Ich wollte auf dich warten. Dann war es schon bang, 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 bang. Nee, ich doch nicht. Aua. Ich bin nicht in Stimme, nur ein Spielchen. Geben Sie mir das Kruzifix. Lady, wie ihr Glück, dass ich ein Gentleman bin. Sonst würde ich... Komm, hau der Schüttlerleine. Wow. Kickbox. Aua, hör auf damit. Ja, ne? Aber immer in den Arsch treten, sag mal. Findest du das irgendwie geil? Versuch mal vorsichtig in die Stimme fahren. Ja, das ist cool, wenn du vorsichtig fährst. Bloß keine Aufmerksamkeit. Ich finde vorsichtig fahren super cool. Ist Sarin noch da? Oh, Leute, was macht ihr hier? Ja, hallo, fahr doch da nicht rein! Ich habe vergessen, dass Brems... Ja, dann fahr doch nicht noch mal rein. Mach mal, wie vorsichtig ist das so. Das ist mal weggeworfen. Ich glaube das nicht. Leuten, egal wie du die tötest. Ja, das war voll taktisch klug von mir. Du? Taktisch klug? Ja. Das ist... Spart Position, mach keinen Laut, mach keine Aufmerksamkeit. Pass mal auf, dass ich nicht gleich Positionssprache. Das ist echt traurig. Ja, egal, spiel weiter jetzt, sonst spiel ich gleich. Fabian, warst du da? Ja, aber das leise tötet ist doch Bullshit. Fabian, hast du dich damals durchgespielt, das leise getötet? Bist du da hochgelaufen, hast alle ganz Mucksen meistchen stelle getötet? Psch, taktisch. Kein Lärm. Psch, taktisch. Der Eule könnte sich sonst erschrecken, wie der hätt ein Guru Guru macht. Da, das ist meine Flick. Geh weg, Inka, weg vom Fernseher. Ich glaube, ich lüge, Alter. Pass auf, fahr doch nicht noch mal rein! Du bist echt ein Chaos, jetzt zählt die Mensch tot! Inka, das ist nicht GTA! Sorry, Leute. Jetzt fallert die nicht auch noch. Lenken, Kind! Oh Gott. Oh Gott, ich komme in Schweiß. Inka, mach die Schade. Wie machen wir das jetzt? Wir übernehmen einfach den Hebel hier. Ja? Ich. Yo, ich mache die Schade. Ich habe dein Leben fertig gemacht. Ich steige dich aus. Wahrscheinlich bin ich geklaut, wie du eingestiegen bist. Das sind ja gerade Dreieck. Vermutlich mal. Ich habe hier geklaut, das ist voll cool geparkt. Einfach, ja? Sprengen? Wow! Du sollst dich doch nicht... Oh, Katastrophen. Ich kann es wieder unterwegs sein. Oh Gott! Ah ja, das war nicht meine Schuld. Der ist zuerst da reingefahren. Guck mal, vielleicht kommt das ja nochmal. Guck mal, da Ampel. Die crushen sich alle. Ich kann nichts dafür. Ich mache das nicht. fahr einfach nur okay aber also das hat eigentlich ein verkehrschaos verursacht da liegt jemand sie hat nichts gemacht und hier liegen die leute auf der straße die frau macht mich fertig cash und randl köttnissen du willst das arschloch doch nicht was das ist ja wie bei gta hier alter kollege da will krank ich noch was mit junge ja verziehlich bloß kein respekt war die leute ich glaube ich habe alles gemacht ich wollte das mal übernehmen möchtest kannst du gerne machen ich fand es gut dass windows mit spielts hier ja aber macht die kist nicht kaputt aber nicht kaputt machen wir sind doch schon fast da ich weiß nicht motorrad neu und so ich war ganz zu spät einfach nicht oh kind vielleicht ist es potenziell opfer das ist potenziell opfer warte mal ab Vielen Dank.